Hallo und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Minecraft und wir waren hier in der Mine und da müssen wir natürlich noch weiter forschen und suchen und alles ausloten. Ich bin überlegen, ob wir uns einen Ofen bauen sollen. Ja, das machen wir, komm. Wir bauen uns einen Ofen, damit wir uns zwischendurch schon mal Rüstung machen können. Machen wir gleich zwei. Heute haben wir die Spendierhosen an. Schauen wir mal, ob es dabei bleiben wird. Dann haben wir hier das Eisen. Das können wir gleich schmelzen lassen. Ja, und wir bringen das Eisen zu schmelzen. Shit, herrn. Ähm, mal so. Mal so. Das ist gelagert, das ist gelagert. Schön sparen. Paranoia sonst noch vorhanden. Und wir haben hier noch rot. Eine Küste. Hm, Spinnenauge. Lecker. Sushi. Da oben wäre noch Kohle. Aber das können wir auch noch für später aufsparen. Ähm, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen Rüstung machen, weil da unten geht es teilweise echt heftig zu. Das habt ihr ja selber gesehen. Ähm, ja. Seht man hier was? Komm, lass mich mal rauf. Na ja, wir werden nie erfahren, wo es hier lang geht, wenn wir nicht selber reingehen. Genau, das war genau das richtige Werkzeug. Ach, ich bin so ein Onk. Echt? Genau, packen wir doch einfach mal die... Das Glas auf die Kurzweil-Taste und dann machen wir uns ein bisschen Glas vor die Schnauze hin. So sind wir immer sicher. Hallo? Ist hier jemand? Jemand hat das Licht vergessen. Hallo, Mutti. Guck mal her, Mutti. Mutti, warum bist du denn so grün? Damit ich besser kotzen kann. Ach so, Mutti. Gut, und dann... Oh Gott, da oben geht es ja auch noch weiter. Gut. Ich glaube, wir haben schon genug gesehen. Dann können wir ja hier wieder zumachen. Und wieder in der Mine weiterforschen, weil ich glaube, das ist am ergiebigsten auf die Schnelle. Also wir, was brauchen wir denn? Was brauchen wir eigentlich alles? Alles ist kaputt und kacke. Also, machen wir jetzt erstmal Schuhe. Schuhe und dann brauchen wir noch eine Hose. Genau. Und Helm können wir jetzt nicht machen. Hose. Schuhe. Helm. Und... Der Rest fackelt noch. Wir brauchen auch ein Stück für die Brust. Jetzt können wir auch noch aufwarten. In der Zwischenzeit können wir zum Beispiel diesen unpraktischen Block entfernen, sodass die sehr indirekte Wandbeleuchtung wegfällt. Sollen wir dieses noch kaputt werden lassen, das Zeug? Aber es wird ja ewig dauern. Ach, ich würde sagen, wir heben das als Reserve auf. So, und der Letzte kommt. Yeah. Brust, wir kommen. Brust, Brust, Brust. Andere Brust. Okay, gut. Sparen wir nochmal das Ganze. Und dann gehen wir wieder raus in diese kalte, grausame Welt. In der Hoffnung, dass wir überleben. Dass wir nicht das Ende der Nahrungskette sind. Und... Dass wir der Heiländer werden. So, wo war das? Schon hier, oder? Ja. Nun ist es erst ein Tag her und ich weiß schon nicht mehr, wo es lang geht. Ähm, ja. Genau. Wieso? Ich mach's so. Wollten wir nicht Fackeln machen? Was haben wir gemacht aus unserer sinnvollen Zeit? Hey, du kannst natürlich immer hier wegfliegen. Oh, hallo, Baby-Spider. Wo bist du denn? Hallo. Huhu. Hallo, kannst du dich mal bitte mit mir anlegen? Also hier muss auf jeden Fall ein Baby-Spinner-Spawner sein. Klar. Aber ganz sicher. Ich vermute ja mal sehr stark da hinten. Oh, hier haben wir einen Zombie-Mann. Hey. Hey, junger Mann. Komm mal her. Alles klar. Wenn der Postmann dreimal klingelt, oder? Mir ist alles recht, außer die scheiß Creeper. Für den hab ich echt tschüss. Oh, das sind Spinner-Spawner-Spawner-Spawner. Weil, ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier so natürlich auftauchen. Zumindest hab ich noch nie die Spinnen-Natura gesehen, wenn es, ähm, wenn es keinen Spawner darin gab. Das hab ich noch nie gesehen. Aber natürlich hundertprozentig wissen tue ich das nicht. Aber wieder schlecht recherchiert, hm? Also, wir brauchen. Das tut mir leid, ich muss das abbauen. Daraus können wir nicht mehr. Da sind wir schon zu tief drin, hier in dem Loch. Oh, die Spinnen werden lauter. So, äh, nee, das war der falsche Knopf. Ich wollte E drücken. Okay, ich denke, das sollte an Kohle reichen. Und dann... Gehen wir doch einfach mal hierher und gucken, was... ...es hier so gibt. Das können wir auch gleich mal abbauen. Wir sind natürlich besessen von diesem tollen Rohstoff. Also, hier war nichts mehr. Hier war auch nichts mehr soweit. Hier war auch nichts mehr. Da müssen wir runter. Okay. Da müssen wir auch runter. Das müssen wir gleich vorenstehen. Das sehe ich schon kommen. Wir sind völlig unvorbereitet. Wo ist er? Er musste mich gesehen haben, oder? Hier unten ist er. Boah, da ist der Aimmaster. Komm her. Guck mal, was ich kann. Ins Gesicht. Tja, das wird nichts mehr, glaube ich. Da müssen wir irgendwie außen rum. Da waren wir ja letztens drin. Hey. Ich würde mich doch verarschen, oder? Wo ist denn hier die Spinni? Hallo. Ach, hier ist die Spinni. Ja, komm mal her. Guck mal, was ich da habe. Fein auf den Poppes. Komm. Yeah. Da wüsst du doch auch. Wow, bin ich jetzt zu schocken. Das ist so hart. Scheiße, Schrecken, hey. Komm, du vergiftest mich nicht, du dreckige, elende Tarantl. Wie beleidigt man eine Spinne, man beschimpft ihn als Eberknecht. Ja, wo ist sie denn? Alter. Ach, hier unten. Kann es sein, das hier vielleicht? Komm her, komm her, komm her. Yeah. Dann wird hier unten vielleicht ein Spawner sein. Oh nein, nicht der schon wieder. Ich habe ihn schon gesehen. Ab in die Ecke mit dir. Böse Junge. Böse Junge, böse Junge. Alter, was geht denn hier ab? Also normal ist das nicht. Wir müssen ja jetzt irgendwie hier rein. Wir müssen das übel beseitigen. Ach, hier geht es ja auch weiter. Oh nee, komm, nicht noch so ein Typ. Niemand will dich. Also ich ahne, böse ist ein Stockwerk unter uns. Hier waren wir mal herrin. Okay, gut. Ja, was machen wir jetzt hier drin? Ich würde sagen, wir legen das hier mal frei. Jetzt haben wir eigentlich gar keine Blöcke hier. Genau. Okay, gut. Hier wären wir schon mal sicher. Dann machen wir hier mal eine kleine Abbauphase. Jawohl. Und ich glaube, wir dürfen uns dann echt wieder eine Diamantspitzehacke bauen. Aber Diamants, glaube ich, haben wir gar keinen mehr. Das müssen wir uns erst wieder farmen und verdienen. Dann würde ich sagen, dass wir dann später mit einer Eisenspitzehacke arbeiten. Bei Eisen gibt es ja hier ja en masse. En masse. An die Masse. Und jede Menge Holz. Holz, 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 Holz. Das ist doch wunderbar. Genau, alles klar, oder? Gut, 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 gut. Weg, 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 weg. Schön. Ich glaube, wir brauchen uns auch keine Weide mehr bauen. Äh, beziehungsweise keine Zäune für die Weide, aber so viele Zäune, wie es ja unten gibt. Eigentlich soll ich das ja gar nicht abbauen. Was wird das wohl heißen? Aber ich habe halt einfach gerne den Durchblick. Hier muss ein Spawner sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Was hat die so komisch getan? Alter, was geht denn hier ab? Ja, verletzt euch. Komm. Ihr wollt es doch auch. Alter, ihr Mistviecher. Ihr Mistviecher. Komm her. Ich weiß doch, dass du hier bist. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde, wenn ich hier jetzt runtergehe. Ja, wenn hier kein Spawner ist, dann weiß ich es auch nicht. Genau, werdet noch schön aktiv. Hast du recht. Alles klar, oder? Komm runter tun, Mistviecher. Komm runter tun, Mistviech. Und die Ecke sind wahrscheinlich auch noch 100. Oder ist das schon hell genug? Das ist ja alles zugeschissen hier. Ach, das ist ja alles zugeschissen hier. Alter, was geht denn hier? Ich muss mich hier noch rein finden. Alter, der schreckt mich nicht. Ja, wenn das so ist, lasst mich doch in Ruhe. Also der macht jetzt nichts mehr. So, jetzt hätte ich jetzt so ein Brennpfeil. Das wäre doch was Tolles. Wahrscheinlich stehen jetzt alle unter mir und würden mich so fertig machen, wenn sie könnten. Also ich muss mich jetzt hier erstmal schützen. Ich habe nämlich voll Angst. Das ist eine normale Spinne. Alter, du Mistviech, du Blödes. Geht's vielleicht noch? Hätte ich mir das nicht friedlich klären können? Alter, ich schreck mich noch. Komm, komm, du kommst auch noch her. Genau, bauen wir lauter Spinnspawner über den ganzen Welt rum. Er schreckt doch kein Schwein an den scheiß Viechern. Ja, genau. Die Invasion schlechthin. Arschlöcher, echte. Ich kann auch gut ohne euch, ja? Hallo. Ja, was ist jetzt? Habt ihr schon aufgegeben? Wow, 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 wow! Oh, ich hab so Hunger. Ja, genau. Fail. Genickbruch. Genickbruch. Da hinten haben wir gleich noch einen. Alter, da geht's ab. Ab wie Luzi, oder wie es heißt. Komm mal her. Komm mal her. Hallo, huhu. Komm mal her. Hallo, huhu. Was soll sich noch irgendein Mensch auskennen? Oh man, okay. Hier hinten, also wenn das alles mal erhältet, sehe ich, dann schlage ich direkt raus. Ich seh schon, komm, gleich kommt wieder einer, schreckt mich zu Tode. Hä, hä, hä? So. Oh, er ist gegangen für immer. Wo bist du, du bist viel. Ich hör dich doch. Ich riech dich doch. Wo bist du? So, ich muss jetzt mal zurück, sonst wird das hier nichts mehr. Die Frage ist nur, wo geht's zurück? Hm, dann machen wir hier einen Rückweg. Ich glaube, es geht hier heran. Oder? Ach, hier. Hier könnte ein guter Weg sein. Yeah. Alter, ja. Also ich weiß jetzt schon, wo wir eine gute XP-Farm bauen können. Bei diesem Scheißdreck da. Okay, aber wir haben schon wieder eine gute Ausbeute. Und die Nerven ohne Ende, ja. Na gut. Zwar am Schluss ein bisschen still, tut mir leid, aber... Die nervliche Belastung bei diesem Spiel ist einfach... ...manchmal ein bisschen crazy. So, das hier, das hier, das hier, das hier. Wir können auf jeden Fall viel Ding... Wir haben Pumpkin Seeds. Das ist schon cool. Aber Melon Seeds wären mir noch ein bisschen lieber gewesen. Aber ich werde mich nicht beschweren, das sage ich euch. Okay, dann packen wir das noch hier rein. Und hier packen wir gleich noch... Genau, das nehmen wir mit. Und das packen wir hier gleich wieder rein. Und dann machen wir hier ein kleines Päuschen. Ciao, was ist gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020